Hallo, mein Name ist Martina Jennewein. Reiten war für mich noch nie eine Ansammlung von Ideen, Philosophien oder Techniken, sondern ein Weg, den es zu beschreiten gilt. Diesen Weg habe ich Reiten, Fühlen, Lernen genannt und ich möchte Sie jetzt mal einladen, mich ein Stück weit auf diesem Weg zu begleiten. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Reiten, Fühlen, Lernen ist eine Ausbildung am Pferd und vor Menschen selbst. Damit bleibt es immer ihr Weg, den sie beschreiten, gemeinsam mit ihrem Pferd. Und vielleicht möchten sie ja, dass ich sie dabei ein Stück weit begleite.